Boadus hilft hinten aus gegen Mölders. Mölders, Mölders, Tor! Sascha Mölders mit einer Einzelleistung. Weil Mölders einen genialen Moment hat. Boadus aussteigen lässt, Fälscher aussteigen lässt. Und dann mit seinem stärkeren linken Fuß Weinkauf absolut keine Chance lässt. Pupstrocken ins Torwart-Eck. Und damit die Führung für die Münchner Löwen. Und das fünfte Saisontor für Sascha Mölders. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.